Haaah, lüch, YouTube und herzlichen Willkommen zu einer anderen Folge Badwalsz mit dem lieben Wesux Moin und dem lieben Reelax Moin Jo und bevor ich es wieder vergesse, beide haben einen YouTube Kanal, beide sind unter der Beschreibung verlinkt, schaut da bei beiden vorbei Wesux kennt ihr vielleicht schon und wie auch Reelax kann man sich meinetwegen gerne einmal kurz vorstellen wenn er will Nein 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 ganz klar, zu versuchen Lass mal lieber ganz kurz auf Enden-Skills gehen, dann macht ihr nämlich immer Eigenwerbung bei mir. Ja und Leute, bei sowas ist Taggripton allowed bei Eigenwerbung, aber sonst nicht, ne? Außerdem sieht das so viel Breezy Spaß, denn... Was zum Teufel ist das? Du weißt nicht, was Breezy ist. Ja, dieses Klackern da im Hintergrund. Das bin ich, sorry. Warte, das bin ich, warte. Das können wir ändern. So. Er gibt mir halt noch den einen Lucky-Hit, Alter. Die kriegen keine Lucky-Hits, die kriegen Ping-Hits des Todes. Nein, der hatte null Ping. Ich hab ihm Highbron gegeben, Alter. Nein, er hatte Ping des Todes. Bleib dabei. Ohne Witz, das ist doch nicht mehr real, Mann. Der kennt mich auch. Tja. Wir müssen auf unser Wett aufpassen, gell? Ist grad einer von uns Base? Nee. Yo, nicer Ping-Hit. Wahrscheinlich, Alter. Nicer Ping-Hit von Enden-Skills, Alter. GG eigentlich. Wir können nur Ping-Hits wie oft denn noch? Alter, es kackt so hart, ne? Die sind hier. Leute, Leute, bitte, 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 bitte. Oh. Alter. Warte, ich springe kurz runter. Das war knapp. Das war knapp. Yo, das war richtig knapp. W-Sox wäre zu Brain AFK gewesen, um das zu checken. Genauso wie ich. Das ist ne Klappe. Hey, ich war doch auch zu Brain AFK. Ich hab's auch nicht gecheckt. Der Wett war bei unserer Insel. Schau dir diesen Ping-Hit an. Er hat einfach 6 Böcke range. Der Lecks hat's auch nicht gecheckt. Hm, er hat einfach 6 Böcke range. Schau dir an, der Mist geworden, Alter. So, ich nehm jetzt Kopfwebs mit. Und essen. Ihr seid ja sogar so, hier die Profis. Äh, 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 genau. Ich und Profi. Äh, ich hab auch nicht so. Es gibt voll viele Leute, die einfach besser sind. Ja, die ziehen nur Böcke weg. Ja, GG. Genau das hatte ich grad verdient vor. Geil, Alter. Wir freuen uns denn tot. Ja, die sind, die ziehen halt einfach ein... Junge, nerv nicht. Die sind halt so richtige Abfucker, Mann. Die können halt nichts anderes. Ja, was? Wreck. Wack halt einfach in die Luft. Hab endlich ein Skindel-Stone. Ich wrack deine Mutter. Ach, wieso? So. Aber ist das wirklich so, Mann? Die haben... Just ping. Nein, solche Leute können auch anders nichts. Ist halt wirklich so. I'm Yeezy. Wieso haben wir jetzt eine 3,29er-Karte? Ich hab das nicht. Endskill hat das Spiel verlassen. Hahaha. Schau's dir an, Alter. Er hat mal nix dazu. Er hat keine Brust. Ich geb' ihm first. Und er macht mich noch runter. Trotz Brustplatte auf ein halbes Herz. Jetzt leckt er einfach. Jetzt leckt er einfach. Jetzt leckt er einfach. Nice, Corti. So läuft das doch hier im Business. Imbusiness. Business. Business. Ich freu mich morgen, Alter. Lange Schule. Geil. Hab ich Donnerstag. Ah ne, Donnerstag hab ich frei. Hui. Fällt mir grad so auf. Nice, Corti. Nice. Da haut er sein Ping raus. Du drückst die Ping-Hits, ich drück die Like. Ach so, ja. Ja. Ja, ich hab bessere Dicke. Yo. Schau dir diesen lecker an, Alter. Da da. Er ist ja sauer. Ja, ja. Der leckerste. So, jetzt. Nur noch ein blauer. Und dann haben wir die Runde gewonnen. Auja. Er baut halt sein Bett komplett mit Endstone ein. Ich bin halt leer. Relax, dein Part. Los, relax Senpai. Senpai! Hey! Ich hab nicht so. Ich hab's nicht einmal im Stich. Kann noch kein Senpai arbeiten. Lol. Okay. Merk ich... Das nächste Mal dauert ja nicht später an, ne? Äh... Schmeiß einen runter. Nice. Relax, nice. Relax, nice. Oh, du nimmst schon das Bett ab. Ne, kümmer dich, du um den. Kümmer dich, du um den. Kümmer dich, du um den. Ja, so. Hast du... Hast du Kopf dabei? Nein. Warte, ich hab Kopf dabei. Aber der Lent ist fliegen. Was ist da los? Fliege. Als immer von dir getötet wurde, maaan. Ja, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut bei den beiden vorbei. Der Link ist unter der Beschreibung. Und, jo. Tschö mit dir. Ciao.